In diesem Video Das ist so ein verdammter Bug, Alter Ha 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 Willst du auch mal werfen, oder was? Hallo? Ne Das kann doch nur Ronaldo Guck mal, der geht einfach durch die Banken durch, Alter Ein Fall für Galileo Mystery Das gibt es nur auf der Xbox, dieses komische Input-Lag Komisch, ich verstehe es einfach nicht Guck mal, das wird alles noch viel flüssiger aussehen Und nicht so eine Scheiße hier, ey Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen Zum zweiten Teil des ersten Drawf First Guide Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es Part 2, wer Part 1 noch nicht gesehen hat Der soll mal unbedingt dieses Foto hier Klick mal da drauf und dann In den Beschreibungen Pescher Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, ab in die Beschreibung klicken Oder auf das Foto hier in diesem Video Und ja, ich werde jetzt unser Team spoilern In 3, 2, 1 Boom Hier könnt ihr unser Team sehen, Leute Das Team haben wir uns gebildet Nachdem wir immer den ersten Spieler Auf jeder Position genommen haben Auf der Auswechselbank natürlich noch Lewandowski, Varan Die wir einwechseln können Und ich bin mal gespannt Ob wir jetzt hier die Spiele gewinnen werden, Alter Es erwarten uns noch drei Spiele Und ich habe ehrlich gesagt richtig Angst Weil momentan hat es noch nicht so gut geklappt Bei FootDrawf, ihr habt es noch mal im ersten Mal gesehen Und jetzt bin ich gespannt, wie wir das richten werden, Leute Dann würde ich sagen Start mal direkt ins große Viertelfinale Ab geht's So, Leute Wir haben unseren Gegner gefunden Mit Ronaldo Iguain in Form Nani hat er am Start Marcelo Concentral Ai, 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 Leute Liga, BBVA Und einen italienischen Stürmer im Vorhandel Das macht keinen Sinn Egal, ziehen wir jetzt ab, Mann Ab geht's Oho Ibra Ey Hey, die gehen immer rein Die gehen einfach immer rein Das muss unbedingt behoben werden Egal, ich nutze das eiskalt aus Ibra mit der Nase Geht auf den Schiri drauf Und macht ihm den Sepp vor Wer ist das denn? Das ist doch nicht Ibra Guck mal, jetzt wieder Tom mit Ansage Zack, einfach langer Pfosten Das ist so ein verdammter Bug, Alter Der Arme, Alter Ich schwöre, wenn ich er wäre Der Controller wäre fliegen gegangen Zack, Ibrahim und Schambal Oh, yo, yo Und dann Oh Oha Asenro Sieg, Freunde Wir gewinnen unser erstes Spiel Mit 2 zu 0 Durch zwei richtig kranke Traumtore, Alter Das kann nicht wahr sein Ey, ich fuck mich darüber so ab, Mann Wenn ich gegen Freunde Normal online spiele Auf der Xbox Das ist alles normal Auf der Ultimate Team Ich weiß nicht, ob es daran liegt An unserer Chemie der Mannschaft Oder ob es einfach an FIFA 17 liegt Das kann nicht sein Ich zocke auf meinem Bildschirm, Mann Das kann nicht sein Ich kann nicht meine Leistung hervorrufen Ich schwöre es euch, Leute Das ist so ein Upfrag Ich drücke auf Passen Und er macht das einfach Halbe Stunde später Oh, endlich mal einen Gegner gefunden Ja, guck mal, was für eine Verbindung, Alter Ja, guck mal Ich drücke jetzt drauf Ey, soll ich gegen ihn spielen oder nicht? Mal, guck mal, links, rechts Links, rechts, links, rechts Ja, egal Komm, wir riskieren einfach, Leute, Mann Ey, das kann nicht wahr sein, Mann Diese scheiß Drecksverbindung So, jetzt schauen wir uns mal sein Team an, Molina So, Leute Ja, klar Del Piero Das wird auf jeden Fall ein harter Brocken werden, Leute Ich hoffe, wir werden jetzt ein bisschen Glück haben Und die Verbindung wird etwas besser sein Das geht einfach so nicht weiter, Mann Los geht's Komm, Ibra Ja, Mann Ich glaube, hier ist die Verbindung schon minimal besser Ich glaube, das liegt wirklich an den Gegnern, Alter Die aus Uzbekistan kommen Die haben einfach eine scheiß Verbindung Und Amela hat einen guten Schuss Oh, nein Oh, stark Komm, jetzt haben wir Ibra Und jetzt am Ball Zack, zack Jetzt Ibra Ibra Kadabra Zack Stark gemacht Lass ihn klatschen Lass ihn klatschen, Ibra Mach was Eieieiei, ist das hier eng wieder Komm, machen wir mal einen Berberspin Die Mitte ist frei Wir spielen nochmal in die Mitte Zur Mitte, zur Titte Zum Sack, zack, zack Nochmal zurücklegen Und jetzt schießt man drauf Asamoah Ja, klar Das ist FIFA Oh, Junge Hab ich jetzt ein Glück gehabt Was war das? Komm, Coutinho Stark gemacht Jetzt auf Ibra Und Ibra Macht das 1 zu 0 Egal, jetzt kommt eine Notlösung Ihr kennt die doch Zack Einfach drüber flanken Wenn der jetzt wieder reingeht Ey, guck mal Was ist das, Mann Da muss mal behoben werden Guck mal jetzt Ibra Was der jetzt macht, warte Stö Geht vorbei Und dann Jetzt kommt schon wieder Dieses sichere Tor, Leute Oha Oha Ey, das ist nicht wahr Aber es war abseits Ey, das ist doch behindert Diese Ecken, Mann Jetzt Ibra starte Komm, Ibra Ibra Komm, Schuss finde Zack, mach was Job Ibra Bam, Junge Gollas So 1 zu 0 Guck mal, zack Guck mal, ich hab Dreck gepasst Habt ihr gesehen Habt ihr den unnötig angenommen Ich wichs den trotzdem rein, Mann Hier, nimm die Gretchen, Mann Komm, jetzt der Konter Komm, Leute Ich will jetzt hier ein vernünftiges 2 zu 0 machen Guck mal, pass Pass Sauber Jetzt funktioniert es halbwegs Guck mal, jetzt werden wir noch stehen Zack Komm her, du Pöscher Ballrolle Übersteiger Zack Doppelpass Drei-Fach-Pass Und der ist so ein Scheiß hier Guck mal, jetzt Ibra Bam Und jetzt mach ihn rein Und er macht das 2 zu 0, ey Guck mal, jetzt Ibra Der wird drin sein Stop Guck mal, gerade bei solchen schnellen Passspielen Muss das direkt reagieren Guck mal, der nimmt den Feuer an Ich passe direkt Guck mal, Annahme Ey Ich verstehe es nicht, Mann Das verstehe ich Ich brauche eure Hilfe, Leute Ich brauche wirklich eure Hilfe, Mann Woran liegt das? Sieg, Leute Wir stehen somit im Finale, Alter Aber ich kann mich irgendwie nicht richtig drüber freuen, Alter Weil ihr wisst Guck mal, wie ich FIFA 16 gespielt habe Und jetzt spiele ich hier Nicht mal halb so gut, Mann Das fuckt mich ab Das liegt wirklich an dieser Kack-Verbindung, Alter Das sind keine Ausreden Aber ich check's einfach nicht Ich kann nicht mein Spiel aufziehen Ich kann nicht diese ganz schnellen Dreieckskombinationen machen Weil die den Feuer annehmen, obwohl ich Feuer drücke Woran liegt das, Mann? Schreibt's mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt Ich hab wirklich eine 200.000er Leitung Ich hab ein Kabel angeschlossen Mehr kann ich eigentlich nicht machen, Mann Aber egal, komm, wir machen jetzt das Finale Ich will das jetzt hier noch gewinnen, Leute So, Leute, der finale Gegner ist gefunden Mit Messi, Agüero, Nolito Er hat bestimmt noch Auswechselspiele am Start, Mann Egal, ich werd versuchen, dieses Finale hier zu gewinnen, Alter Und wenn ich richtig abgefuckt bin Wir zerstören jetzt den Gegner Beziehungsweise geben unser Bestes Auf geht's Ey, nee, Mann, nee, Alter Das kann nicht sein Stark gemacht, Ibra Komm, jetzt mach mal was hier Dreieckskombinationen Guck mal, der hat den wieder angenommen Statt direkt zu passen Da kriegst du viel Aber Lewandowski, guck mal, was für ein scheiß Pass Guck mal, da oben Komm, Lamela, guck mal Stark Guck mal, wieder so ein Pass Elfmeter, Peter, runter Komm mal Ey, guck mal, der rennt einfach nach vorne, Alter Ich fass es nicht, Mann Ich fass es nicht Oh, nee, Alter Guck mal, bitte Ey, das macht keinen Spaß so, Alter Ich schwöre es dir Das macht keinen Spaß so Ich werd umsteigen auf Playstation Wenn das so weitergeht Komm, Lewandowski, starte Guck mal, der nimmt den noch vorher an, Alter Ich wichse ihn jetzt so rein, ey, Mann Guck mal, wenn ich Gretchen gedrückt habe, Alter Man kann doch gar nichts mehr einschätzen, wenn man dann angreift, Leute Das sind alles keine Ausreden, Mann Ihr wisst, ich bin keiner, der Ausreden sucht Guck mal Wieder so ein Pass Liegt seine Teamchemie Oder es kann einfach nicht Ey, ich verstehe das, 0 Guck mal, ich kann nicht richtig angreifen Guck mal hier Guck mal, ich kann nicht angreifen, Mann Das Timing ist scheiße Jawohl, das war stark Komm, Ibra, mach ihn jetzt Ganz locker, easy Geh vorbei, schieb ihn ein Jawohl, 1 zu 1, ey Guck mal, der nimmt den Feuer an Ich wollte, dass der direkt den Job macht Guck mal, versteht ihr langsam, was ich meine, Mann So kann ich sich mein Spiel aufziehen Guck mal, jetzt kommt wenigstens Flankenkopfballtor Golasso Stark Komm, Coutinho, mach was, Bruder Stark, stark Lewandowski Coutinho Ibra Komm, jetzt machen wir das 3 zu 1 Der Fluch ist gebrochen Guck mal Döp 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 Und jetzt der Volley, Alter Eben eine Schade Mutter Starker Pass hier Und es gibt Elfmeter für den Gegner Komm, Leute, den halten wir jetzt, Alter Komm Komm, 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 komm Ach, scheiße Ja, Leute, da ist der Sieg Wir haben das Finale gewonnen Aber ich kann mich nicht richtig drüber freuen Das fuck mich einfach ab, Mann, Alter Guck mal, ihr schreibt mir alle in die Kommentare Ne, bring mal Food Champions Sie wollen sehen, wie du dich da in der Liga schlägst Und, und, und Ich würde es so gerne machen Aber ich kann es einfach nicht Weil diese Verbindung so scheiße ist Guck mal, ich habe jetzt hier zwar gewonnen Food Draft, okay Aber das war mit Ach und Kraft Normalerweise, wenn ich mein Spiel aufziehen könnte Dann wird das ganz anders ablaufen Das sage ich euch, Leute Auf der Playstation Ist es im Ultimate Team Modus Nicht so wie hier, Mann Das sage ich euch, ohne Witz Ich weiß nicht, woran es liegt Bitte, tut mir mal den Gefallen Schreibt mir mal in die Kommentare Wie es bei euch aussieht Auf der Xbox Ob ihr da auch Probleme habt Würde mich mal gerne interessieren Und, ja, würde ich sagen Öffnen wir jetzt nochmal zu guter Letzt Die schönen Packs Und hoffen wir mal, dass da ein guter Spieler drin ist Vielleicht Ronaldo Hip-Bomb So, hier könnt ihr es sehen 1-0 2-0 1-0 3-2 Und das zweite Spiel war einfach 2-0 Wegen den Ecken Guck mal, wie knapp die Dinger einfach sind Ein bisschen noch früher 4-1 5-1 5-0 Sowas geht einfach gerade zur Zeit nicht, Mann Das fuckt mich echt ab, Mann Seltene Gold-Set Premium-Gold-Set Seltene Gold-Set Ja, gucken wir mal, was das hier für Packs sind So, jetzt kommen die Packs, die wir bekommen haben, Leute Einmal müsste das ein 15k-Pack sein Und was bekommen wir da drin? ZOM, Firminio, Oskar Ja, Oskar, kein schlechter Mann Ist okay Und jetzt kommen die 2 Sets 12 seltene Spieler und Objekte Mal gucken, was wir da bekommen Okay, Leute, komm Hier muss irgendein Walkout-Player dabei sein Bitte gib mir einmal einen Nein, Alter Dann kommt dir mir so ein Astori, ey So, und jetzt das letzte Pack Bitte Mein erster Walkout-Player von zu Hause Bitte Guck mal, was ist das? Ich habe noch keinen einzigen zu Hause gezogen Die anderen ziehen einfach so Kracherdinger Und wir ziehen einfach so ein Müllier Also momentan auf der Xbox läuft es einfach Katastrophe Ich brauche wirklich eure Hilfe, Mann Schreibt mir in die Kommentare Hilft mir, mich hier zu verbessern Ich habe keine Ahnung, woran das liegt Wenn ihr Guckt mal, spielt mir einfach online Oder offline 1 gegen 1 gegen Computer Und passt da mal rum Und dann spielt man online Es kann doch nicht so eine krasse Verzögerung sein Also bei mir ist das der Fall Wenn das minimal die Verzögerung ist Kein Problem Das ist ja verständlich, weil es online ist Aber wenn es so krass ist wie bei mir Dass man wirklich fast eine Sekunde warten muss Ich will eine 3x Kombination machen Und dann nimmt den Feuer an Das geht einfach nicht, Leute Ihr müsst mich da verstehen, Mann Ja Das war's dann jetzt auch Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen Wir haben ja immerhin den Foot-Draft-Sieg geholt Hatten jetzt nicht so die gute Pack-Ausbeute Aber ja Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben Dann würde mich wieder selber 15.000 Likes freuen Euer Öni ist raus Checkt FeelGamingTV aus Checkt Instagram aus Checkt Snapchat aus Alles in der Beschreibung verlinkt Macht's gut Haut rein Und ciao Aber jetzt kommt die Reaction Jetzt kommt das Pack Das Pack der Pack-Slighter Und ciao Damit wir auf dich Untertitelung des ZDF für funk, 2017